Sommer-Sommel-Kaktus! Hallo meine Liebe! Ich muss ein bisschen leise reden. Pssst! Weil es ist ganz, ganz früh. Und alle schlafen noch. Wir sind auch gerade erst aufgestanden. Wir machen jetzt den kleinen Babyboy fertig. Ich habe mich für eine Lachshose entschieden. Also für diese hier. Seht ihr gar nicht so gut noch. Tut mir leid, aber es ist so dunkel hier. Ähm... Ja, weil er darin so ultrasüß aussieht. Jetzt muss ich nur noch gucken, welchen Body wir anziehen. Es steht zur Frage entweder der hier oder den grauen, den er anhat. Ich weiß nicht, ob wir den grauen nehmen, weil dann wirkt das Ganze so ein bisschen heller. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine, absolut keine Ahnung. Und dann kriegt er noch seinen... Ah, es wird auch schwer mit Lachshose dann. Können wir seinen cool Oro nicht anziehen. Ups! Na gut, wir probieren erstmal die Lachshose. Söckchen. Ist mein Nachtlicht eigentlich aus, Schatz? Es leuchtet nicht mehr. Ja. 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 Und dann bekommt er sonst noch ein Haltstuch um. Haare haben wir grad schon gekämmt. Und er behält jetzt den grauen Body an. Seht ihr? Ich finde, die sieht jetzt nicht so ultrasüß aus mit der Lachshose aus. Ist in Ordnung. So. Ja, Bibi. Weiße Socken. Süße Lachshose. Süße gemachte Haare. Perfekt für Kimi. So. Schnulli. Passt auch. Dieser hier. Ich weiß gar nicht was anderes. Ich glaube, wir haben ihn verloren. So. Fertig. Baby. Tadaa. Seht ihr gar nicht mehr. Ich zeig das nachher nochmal. Seht ihr ja noch öfters. So. Dann haben wir jetzt einen Deckel. Dann müssen wir den Emil gleich noch einpacken. Weil heute geht's ja zur Chemie. So. 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 Und das passt gut mit dem Ballil zusammen. Sehr schön. Grau und grau passt gut. Sehr schön. Ich wollte mir eigentlich den hier anziehen. Die coolen Bombenmütze, aber der passt nicht, wenn er eine Hose an hat. Wir könnten das ausprobieren, aber ich glaube, der passt nicht. Wir haben jetzt gestern die Augen-Schuhe ausprobiert mit einer Jeans und das passt auch nicht mit die Hose. Hier ist es noch größer. Das ist doof. Bibi, wieso bist du denn nur so klein? Er ist so groß. Wir hätten den doch in 62 kaufen müssen, aber das ist auch doof. Muss hier in Eschweil aufpassen. Das ist ja auch nur für die Farbe jetzt ein bisschen mehr aus und rutschen mehr sind. Dann geht es schon. Es ist nur ein bisschen eng an den Füßen, aber das ist nicht so schlimm. Ne, Bibi? So. So. Das ist gar nichts. Schust du was aufstehen? Schust du? Lebst du noch? Dann haben wir noch den kleinen Emil, der muss natürlich auch noch mit. Dann haben wir noch seine Sachen, die er noch dabei hatte. Dann packen wir ihn zuerst ein. Dann packen wir ihn an. Dann packen wir ihn an. Dann packen wir ihn an. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Deine neue Kinderwagen? Nein. Oh, das ist süß. Oh yeah, das müssen wir gucken. Hier, guck mal die. Die hat eine Levi-Mama vor kurzem erst gekauft. Die ist richtig cool. Die kostet nur 15 Euro. Oh, das ist aber auch voll cool. Guck mal. Aber das ist nicht so cool. Aber das passt ihm vielleicht ganz gut. Weil er ja so mini ist. Was? Ich weiß nicht, dass Maggie das weiß, weil sie gerade unterwegs ist. Nee, das war das andere. Das ist Micky. Oh, die sind ja cool. Ich habe kommentiert. Oh, und ich habe sie gerade gestoppt. Oh, oh, oh. Und du darfst auch mal... Ach so, ja. Hallo, er hat eine Mail. unde ... Also, das ist gar nicht so gut. Nein,es Kater. Ja, das ist das nicht. Ja, so geht's. Einen sind die 5 Euro oder 6 Euro. Ja, das ist wie viel. Ein günstiges Set, das war das letzte, die Hose ist voll cool, ich glaub die stecken richtig gut und guck mal was ich noch gekauft habe, diese Türchen hier, mhm, lecker, lecker, so mein Lieben, wir sind wieder zu Hause, ich wollte euch jetzt kurz einmal die Sachen zeigen, die wir gekauft haben, mein Schwester, einen anderen Schwester, Felix, der sich mal wieder nicht blicken lässt, Sommer, Sonne, Kaktus, Baby, so ich wollte kurz zeigen, was wir hier gekauft haben, also es kommt noch ein Haul, ich wollte euch nur grob einmal zeigen, einmal kam ein Paket heute an, von einem neuen süßen Schneeanzug, tada, gekauft, so voll süß mit so einer Fliege und so, und eine Hose, voll süß und wir haben gekauft, kleine Schülchen, weil einfach zuckersüß und wir haben die Mütze schon dazu, deswegen, Mery, mach mal das kleine Licht daran, wir haben die Mütze dazu, ihr seht die gar nicht so gut, ne, wie gesagt, es kommt auf jeden Fall in Haul, aber so kleine Schülchen, haben wir gekauft, wir machen ja noch kein Livestream, Mery, Mery, last Kannst du mir zwei Batterien holen? Nein Drei sogar Vier für dieses Ding Ja, vier, fünf vielleicht auch Ne, drei für euch. Kannst du holen? Meryl ist doch gerade irgendwo Trotzdem, sag mal Meryl Bescheid dann Können wir die mir schon anmachen Was machst du denn da? Ziehst du Baby hier oben? Ich könnte den Halshuber abmachen Das hier ausfetten Fühlt sich so komisch Ein bisschen auch rau an, oder? Ja Oder täuscht das? Ne, das ist Normaler, das ist die Farbe Ich habe ihn irgendwie beweglich hervorgestellt Ne, weil es nicht so beweglich Die wird doch voll gut zu passen Ja Das ist doch voll gut hierzu Hä, hat er gar keine Stoffwindel? Ne, ich habe ja nur eine Der wird bald eine Aber ich finde noch nicht so die richtige Da sieht man ja eh nicht eigentlich, wenn er was anhat Ja, ich mag das drücken Dann haben wir so eine Windelpuppe Das finde ich voll süß Ja 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 War sein Mund nicht mal größer? Ne Da machst du ihn immer so groß Ich glaube das ist ein Tick zu 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 groß Das geht doch nicht so schön Ne, aber das haben wir neu gekauft Das haben wir neu gekauft Das haben wir neu gekauft Die Lappen haben wir denn gekauft Ich hasse es, ihm Hosen anzuziehen Ja, das bin ich jetzt nicht früh Das 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 So meine Lieben Und dann würde ich sagen, dass wir diesen Vlog beenden Ich will jetzt noch schnell ein Haul für euch drehen Und dann Ja Mal gucken wir mal wieder vloggen Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag Ich hoffe euch hat es gefallen Und dann bis zum nächsten Mal